Na ja dann starten wir aber schon mal durch. Ja, kannst du. Bin da. Ich weiß es nämlich 22 Uhr. Herzlich willkommen zurück bei 7 days to die. Mitten in der Stadt. Paar Tage Pause gehabt. Ich war ganz überrascht. Das war mitten in der Stadt ausgelockt. Ich wusste es nämlich nicht mehr. Aber wir haben direkt eine Aufgabe vor dem Auge. Du musst noch mal teilen. Achso, ja. Ich muss erst mal einladen, ne? Genau. 22 Uhr. Stromzufuhr wiederherstellen. Jo, mein ist 2,7 Kilometer entfernt. Hat er geteilt. Hab ich akzeptiert. Was ist denn er da hinten für einer? Ist das so ein Army Man, ne? Der hat so einen Rucksack gehofft. Oh. Oh. Es ist klar, wie die ganze Leute wieder aufwächst hier. Wollen wir lieber rein? Ja. Gehen wir mal. Sind wir Rick Roses oder sind wir Refresh? Ich glaube wir sind wir sind fresh. Gehört das alles hier zusammen oder was? Könnte ich rein über den Blumenpott. Drinnen bleiben ist schon gelb. Jetzt ist grün. Er nimmt erstmal die Blume mit. Klar. Kaffee. Pflänzchen. Gott ich bin kalt. Ich war nicht hier. Was soll ich hier? Nachts ein Gebäude. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Hey. Kommen sie denn hier? Hallo junge Frau. Wo kommen sie denn her? Scheiße ey. Hinter dir. Okay. Wir machen erstmal hier. Die draußen klopfen 10.000 Zombies. Das macht mich ja gar nicht nervös. Nicht? Dann ist ja gut. Nicht. Steht doch da drüber. Oh dann geht's doch. Ich weiß ja wo nach links nach rechts müssen. Dann müssen wir uns noch ein bisschen umgucken hier. Oh lass mal hier kurz. Wir können hier alle Türen aufmachen. Aber ich weiß nicht ob das so geil ist. Naja. Lass den lieber erstmal zu. Ja. Oh mein Gott. Oh ja. Da höre ich einiges. Hinter dir. Oh. Oh. Wie ist er ein Köpfchen verloren hat. Oh mein Gott. Haben sie es wohl reingeschafft. Oh Gott. Ja hier geht es wieder raus. Ich bin schon wieder. Ich fahre gleich nach Hause. Setze mich um mein Motorrad. Dann müssen wir da wohl rüber. Oh mein Gott. Ich war da raus. Du links? Ja. Das war so lange hat man an Minen gelegt. Ja. Das waren ganz schön viele. Das waren ganz schön viele. Das war der Schwede. Ey dicke Polizist. Uiuiuiuiuiuiui. Ja was zu essen dabei. Ich hab... Kann ich dir nicht sagen. Ne hab ich nicht. Ich hätte mich immer vorher leer machen sollen. Ach ja. Ich bin Polizist und das... Hm. Ich auch so gut wie. Naja so ist das. Willst du nach oben oder müssen wir hier hin? Äh. Äh. Außen ist noch einer. Dann noch was. Da müssen wir gleich ein bisschen zusammenschmeißen und das coole Zeug mitnehmen. Und zählt jetzt nichts. Oh hier. Achso. Ich dachte, ich habe etwas besonderes. Knochen und Taschenlampe. Oh ja. Ja ich könnte hier... Fast so aus. Lass ich auch einfach schon mal wegschmeißen. Okay jetzt sind wir wieder hier. Ja. Dann äh... Müssen wir mal die Treppe hoch. Die Rolltreppe? Die Rolltreppe. Ach die Treppe. Ne die Rolltreppe. Ne die Rolltreppe. Oh ja. Der Generator ist auch oben. Wird mir da angezeigt. Jo. Ich möchte die mal nicht so weit ein bisschen knapp. Geh mal zu Luigi's. Kommst du mit? Schon eine Pizza? Jo. Oh das ist aber ein kleiner Schuppen. Ja solange eine leckere Pizza hat, ist mir das ja egal. Ja das stimmt. Äh was habe ich hier? Abendschuhe. Ja gut. Die Bäume nicht unbedingt. Kann sie jetzt anziehen. Hier ist noch ein Kochtopf dran wenn du möchtest. Ich bin ziemlich voll. Was sagt denn meine Essenszufuhr? Nahrung. Könnte ich mir mal so eine Dose gönnen hier. Was ist das? Ja eine Kleinigkeit. Aber ich will jetzt wieder Platz. Naja eben. Aber sagen könnten wir halt auch hier lassen. Das ist nicht so schlimm. Vor allem in erster Linie erstmal was zusammenschmeißen. Warum habe ich einen 312 Schneewelle im? Ich weiß nicht was du treibst. Pinsel. Junge habe ich einen Scheiß dabei. Eine Chrysanthemensamen brauchst du auch nicht ne? Nein absolut nicht. Danke. Hopfensamen. Auf Wiedersehen. Okay. Schmeißt du nicht deinen Dreck mir hier vor die Füße? Doch. Soll ich mir seine abgelegte Scheiße hier aufnehmen? Okay. Dann lass mal weiter gucken. Oh. Hier könnte man raus. Aufs Dach. Hier hinten ist noch das Restaurant wo es weiter geht. Oh ja. Dann gucken wir erstmal da. Sup guy. Oh Gott. Hier rechts. Da kommen sie. Aufs Dach. Na klar. Hauptsache gleichzeitig ein Finger am Abzug. Und einen in der Kasse. Und einen direkt in der Kasse. Na selbstverständlich. Den Wagen hier muss ich mal abschrauben. Oh. Hinter dir. Hast die Kasse kaputt gemacht. Toll. Moment. Ich hab schon wieder ein ganz kleines Platzproblem. Hier war ein Huhn. Jetzt haben wir keines mehr. Und das ist ja blöd. Oh. Oh oh. 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 Sie will zu dir. Wisse? Ja. Dann hat es sich doch wohl für mich entschieden. Da hab ich hier gestern mich aufs Dach. Oh. Also die Zombie ist an dem Weg frei gemacht. Oh okay. Eieiei. Wollen wir hoch? Die kommen ja auch gleich hier durch die Tür hier. Aber ja wir können gerne auch erstmal hoch. Schaut gern, Messiah. Generator ist noch ein höher. Jo. Na dann. Schauen wir den erstmal mal. Ich will hier Trapzeln höhre. Ja. Und jetzt geht noch mal höher. Und dann bestimmt kommen wir da bestimmt rein. Na jo. Und jetzt kommt das Gebäude. Oh ich hab's gewusst. Oh nice. Stand help. Ich dachte wir kommen jetzt von hier oben da unten rein. Dachte ich auch, hast du mir versprochen. Oh hier ist noch Müll. Kann ich aber nicht alles mitnehmen. Dann hilft nur eins. Kannst du auch unten ne Tür aufmachen gleich. Jo. Warte ich muss mal kurz meine Wache reparieren. Oh hier rennst wieder trippeln du. Ne die sind noch gar nicht aufgewacht hier. Die wollen doch nicht aufwachen. Jetzt erst. Oh. Alter. Das wird mir Katastrophe. Dann reparieren wir lieber schnell den Generator. Ja. Du deckst ja meinen Hintern, ne? Während ich hier dran stehe und nicht so. Oh scheiße. Ich brauch noch zwölf Sekunden. Boah ich weiß nicht wo sie sind. Okay. Alles klar läuft. Okay. Ich muss auch das Gebiet selber. Ja. Genau. Aber es sind nicht mehr viele. Theoretisch. Oh Gott. Mini warst du das? Ja. Oh nein. Jetzt habe ich hier wieder die abgelegte Scheiße von dir mitgenommen. So. Ich bin mal. Hier bist du hin. Fahrstuhl? Ne. Hier runter. Also da wo wir hoch sind. Achso. Hier gibt es doch. Kann man auch in den Fahrstuhl rein. Okay. Oh. Nee. Ja. Ich komme. Ich wollte eigentlich gerade noch da bist du. Ich komme. Was wurde? Hier drin? Hm. Ist das ein Stapel hier? Ach schon ist wieder ein bisschen mehr Ruhe. Munitionsvitrine. Kann ich nicht mitnehmen. Was lasse ich ihn hier dafür? Knochen. Hey. Schleichter sich voneinander und will mich umarmen. Naja. Kennst du doch. Die Juppies. Oh. Alter man spielt. Ähm. Ja. Zuppelt ganz schön du meine Herren. Ja. Wie gibt es denn jetzt hier noch? Nein. Was machst du denn? Hm. Ich weiß nicht was ich hier lassen soll. Ah ja. Das. Ah das ist dann Fahrstuhl hier. Hm. Hier geht's. Aber wir hätten auch hier hochgehen können. Wo sind denn die restlichen Zombies? Das ist eine gute Frage. Das ist ja auch ein riesen Gebäude hier. Wir sind auch ein bisschen bö gelaufen oder? Ja sind wir auch. Ja. Und hier hätte man nämlich auch hochgehen können. Aber. Hab ich gar nicht so gesehen von da unten. Ah ja. Ist doch schon mal wieder mehr wach geworden. Wo auch immer. Oh. Oh. Kommt der Pfeffer hoch heran. Äh. Ja unten aber glaube ich nicht. Oder? Das ist nicht. Das Venom ist zwar. Ob ich oben nochmal irgendwo lange. Also. Wo oben hatten wir ja soweit alles. Also hier ging's auch noch raus. Ah. Ich guck mal hier. Du guckst mal da. In der Fall ist von der Stadt schon. Nö. Hier waren wir schon. Was ich hier sehen kann. Das war nur. Oh. 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 Ja vielleicht hier unten. Wo wir raus. Wo wir nach oben gegangen sind. Weißt du. Aber ich glaube. Auf der Seite waren wir ja eigentlich auch schon. Aber hier in. Wild Wings waren wir doch. Ne. Mild Wings waren wir noch gar nicht drin. Oder? Ja hier ist doch der dicke Loot. Wie wüssten du jetzt? Ähm. Einmal hinten rum. Ach ja Moment. Da waren wir schon mal. Ja. Ganz hinten rum. Juh. Guck mal. Guck mal doch. Ja. Die Zoll ist dann schon mal allein erledigt. Wenn du kommst ist ja. Ja. Wenn du irgendwo hinlust. Wenn ich sagst wohin. Von hier. Was hast du denn mit denen? Die durch sieben. Sind aber immer noch welche da. Kann ich dir sagen. Alter. Da gibt es ja einen Haufen Loot. Zwei Stück sind noch da. Hm. Äh. War erst mal wieder auf der Damen-Toilette. Das ist mir die. Klar. Man kennt ihn. Da war nicht so viel los. Jetzt sind sie ja oben auf dem Dach. Da wo wir gerade waren. Ja ne. Aber ist natürlich zu oder was? Ja. Waren die bestimmt gleich auch für uns? Hm. Ich glaube wir sind nicht so schlau. Hier draußen ist noch einer. Da ist nur noch einer da rum. Hm Polizist. Komm. Oh. Jo. Oh das ist sehr gut. Das war's. Junge Junge. Wo an der dicke Loot auch hier. Ja ja. Sicher's? Ja. War Papier drin. Oh. Dreimal Vitamine. Oh. Jetzt muss ich erst mal hier. Ja. Mal gucken. Hast du denn irgendwas zu essen? Nee. Warte. Äh. Nee. Heidelbeeren könnte ich hier eigentlich so geben oder so. Aber sonst. Nö. Dann streicht er noch bis nach Hause würde ich sagen. Alter. Oh. Ein bisschen Munition ist da. Gut. Ich habe eine Kartoffel. Hier ist eine Dose Thunfisch drin. Darfst du die gerne nehmen. Ich spüre. Ich kann mich mal die ganze Munition da ausnehmen. Fließpulver ist noch da. Dafür lasse ich eine Jacke hier. Obwohl die keinen neuen Zell legen. Strahlungsentferner. So was nimmt der nicht mit? Ich habe keinen Platz mehr. Ich kann's ja gar nicht fassen. So Wasser und Knochen habe ich hier schon hingeschmissen. Das kann ich alles nicht mehr nehmen. Ein trübes Wasser oder was? Ja, ja. Ein bisschen Wasser habe ich hier noch. Knochen habe ich auch keinen Platz mehr. Na gut. Dann haben wir es ja soweit. Ja. Bis auf die große hier. Und Dietrich? Ähm. Nein. Das habe ich befürchtet. Ich bin mir mal ein Juckersaft hier. Immer diese Ruhestörung. Ich sag's dir. Können die nicht mal schlafen nach dem 3? Wie alle anderen auch? Ja. Wir müssen einen Lärm veranstalten. Oh, die Krankenschwester hat sogar rote Augen. Mhm. Die ist gruselig. Müssen wir mal schießen. Kann ich doch eh nicht davon abhalten. Reicht doch. Das ist ja hier ein Ansturm. Naja. Ein Vierer Robotikhammer und ein paar Schuss für die 7,62er. Da hat sich das Aufknüppeln jetzt nicht so ganz so gelohnt. Nicht so ganz, nee. Kann ich mal den scheiß Robotikhammer mitnehmen. Also lass ich ihn jetzt hier. Eine Schiene? Ich kann ihn noch mitnehmen, wenn es nur das andere Teil ist. Ich habe noch Platz tatsächlich. Sehr gerne. Wie, der Sch... Ah, der konnte aber nicht durch Gitter rotzen. So, man muss nicht durch das Gitter. Hat sein Kumpel angerotzt. Hallo. Komm schon, Nächste. Was ist denn hier los? Ich habe ja noch Hunger. Ja, ich auch ganz schön übel. Ich muss sagen, wir müssen auch gleich mal nach Hause machen. Jo. Oh, hi. Oh, hi. Wo sind wir denn rein? Ja, hier geht es raus. Wo sind unsere Motorräder? Ah, hier sind wir rein. Okay. Ich habe sogar die Tür offen mittlerweile. Ah, 4 Uhr. Perfekt. Das ist ausverlassen. Aber jetzt bin ich über Rückseite auf. Versehen. Mein Motorrad ist auch schon voll sich gerade. Ja, ich glaube, wir haben kräftig was weggeloadet beim letzten Mal und sind dann direkt hierher. Ich glaube, wir haben die Kirche dann leer gemacht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, wird das nichts überbleiben? Müssen wir das mal abliefern, ne? Na, spielt hier zwei Spinnen zusammen? Ja. Okay. Ich zeige hier mal eine Waffensammlung. Aber irgendwie schlafen die immer dabei ein. Oh, der ist eilig hier. Dann wird er nicht schnell. So. Alles klar. Muss die Mofa. Rauf auf die Mofa. Und unten in der Tiefgarage ist ein Puma. Halt sie es gemütlich gemacht. Ja, gut. Es schneit, ne? Deswegen ja. Okay. Bis zum nächsten Mal hier. Oh. Hä? Oh mein Gott. Kirche, die große, gibt es hier halt auch noch, ne? Ja, die Town Hall, da ist bestimmt auch noch was zu holen. Also hier sind... Kannst du dir in dieses zweite Gebäude wahrscheinlich locker rein? Hmm. Oh. Oh klar. Übers Maisfeld. Warte mal, gibt es hier Kartoffeln? Äh. Ja. Ja? Du hast ein böser Mann hinter dir her. Oh, ich weiß. Warte, ich hau ihn. Hehehe. Ey, das stört ihn gar nicht. Hallo. Entschuldigen Sie mal. Der wird vermöbelt? Der wird vermöbelt. Alles klar. Holen es. Nein. Nein, die werden gibt es auch noch. Oh, proben wir es. Ah, keine Eier. Ein paar Kartoffeln, ne? 42. Ein paar halt. Oh. Na ja. So wieder lecker was zu essen. Dann warte mal, neben mir noch ein bisschen Fleisch mit. Eikon, ne? Mensch, ich bin voll. Also, hast du es abgebaut? Nee, ne? Wäre eh sinnvoll, wenn ich es mache, weil ich mehr rauskriege. Ach so. Ja, mach mal. Guck mal, die spielen schon. Ja. Wenn sie Spaß dran haben. Dann schleppen wir uns jetzt erst mal wieder die guten zwei Kilometer nach Hause, ne? Oh, hier ist die Highschool auch. Hier links. Gab's da nicht auch irgendwie so'n so'n Raum mit ganz vielen Büchern immer drin? Hm, ich glaube. Das ist auch nicht mehr so genau. Ich meine, da gab's irgendwas. Die Kirchen waren immer gut und die Dingens, ja? Ja. Die Highschool. Aber wir haben etliche Gebäude noch, die du hier abwehren musst. Auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen, wir machen... Oh, das Pär. Brauchen wir noch mehr Fleisch? Wir werden das Hühnchen gegeben. Du hast ja mal geguckt. Hab ich, aber hab ich vergessen. Ist schon lange her. Ja, klar. Jürgen, Leute, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei 7 Days to 3. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dennne. Tschüss. Ciao. Ciao. Oh la. Oi.